Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los jön. Dach, Hermann. Dach, Carolin. Dach, lef lügscher zu und unger weiss. Schön, dat ihr da seid. Ja, da sind wir wieder nach der Sommerbus. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Mensch, mal ist es ja so, da kommt man gerade aus dem Urlaub retour. Pum, paf, steht der erste Besuch für der Tür. So haben wir es jetzt hier auch. Wir haben ein Leben besuch und ein interessanter, sehr interessanter Gesprächspartner. Dach, lef lügscher Stefan Hänseler. Ja, ich grüße dich auch. Ja, dach, Stefan. Schön, dat du da bist. Ja, Stefan, in Köln möcht man dich ja nicht vorstellen. Du bist sehr bekannt, vor allem bei der Lüge, die in Klettenberg zu Hause sind und natürlich bei denen, die da fast der Laufentjord kennen. Und es kündigt natürlich Sinn, dat der ein auf andere aus Düsseldorf Zuhörer date, der noch nichts von dir geholt hat. Deshalb du mal dich jetzt ein bisschen fürstelle. Ich weiß ja nicht, ob ich wirklich so bekannt bin in Kölle. Da glaube ich ja nicht so dran. Aber wichtig ist eigentlich nur, ja, zu wissen, dass man Kölschtheater spreche und Kölschtheater, nee, Kölschtheater mache und Kölschschwade. Dat ist dat, wat uns, wat mich ausmäht. Also ne Kölsche Jung, gebore in Kölle und mit Hetz ne Kölschschung. Und ja, also tatsächlich kennen, wahrscheinlich, wenn mich jemand jetzt kennt, dazu hört, der kennt mich durch den Spielkreis Fritz-Monreal, das Kölschtheater in Kölle am Ring, aus Klettenberg. Ja, das kann auch sein, dass dich einer als Preise von der Ubi, von der Karnevalsgesellschaft, kennen, dat könnte doch sein, ne? Dat könnte doch sein, ja. Oder so, ja, aus dem WDR, jetzt sind wir einfach so flug hören, du bist doch eigentlich eine kleine Sensation, wie du da angefangen hast, dat war in einem Alter, wo die Mietze noch gar nicht dran denken, so jetzt machen. Vielleicht ist uns das ein bisschen ausführlicher, zu erzählen. Ja, kann ich machen. Also, ich tatsächlich 20 Jahre lang mache, ich das Ganze jetzt, habe ich damals, ja, ein kölsches Idee, ich tatsächlich zu meiner Großmutter, habe ich für ihre Drage, auf einem Geburtstag, und darüber bin ich tatsächlich dann zu meinem ersten Auftritt gekommen, als kleiner Pans, mit zehn Jahren, in einem Seniorenheim in Bruno. Und da hätte mich damals der Albert Monreal, der hätte das Theater geleitet, der Spielkreis Fritz-Monreal. Darf man da jetzt für die Lücke, die ich nicht so kenne, der Fritz-Monreal, der war in St. Bruno, war da der Küster. Und der hätte das, für wie viele Jahre in der Lücke gerufen? Nirgendwo nur 52, das heißt, wir haben das im Jahr 70 jähriges bestoppt. Da ist das Stichwort. Und der Fritz-Monreal hätte seinen Gesohn, der Albert Monreal, und du hast es dann als junger Pursch übernommen. Wann war das? Übernommen habe ich im Jahr 2000 und rücksehen. Da habe ich tatsächlich angefangen, das Ganze schmilzt, zusammen zur Knufe und zur Halde. Aber man muss dazu sein, Fritz-Monreal hätte 20 Jahre gemacht und dann noch 40 Jahre lang der Albert hat das Schmilz-Juhu gehalten. Und dann habe ich jetzt tatsächlich zig 10 Jahre, da habe ich das ganze Schmilz-Juhu zusammenhalten. Da hast du ja gerade ich bin jetzt seit zig 20 Jahren dabei. Also das ist tatsächlich so, dass ich ziemlich früh angefangen habe. Also ich habe mit 10 Jahren, habe ich wie gesagt den ersten Obtritt gehabt und dann war ich mit 11 Jahren mit dem Albert Monreal auf der Bühne gestanden. Plötzlich war ich auf der Bühne und das hätte mir von Anfang an Spaß gemacht. Bis höch. Also Spiele kann man ja, ich meine, das ist auch nicht, was sie alle können. Er war so als junger Kerl, dann der Chef zu sind. Haben die dich dann direkt akzeptiert? Also ich glaube, das war schon schwierig, weil da waren ja auch Lück dabei, die zig 40 Jahre bei dem Schmilz-Juhu dabei waren. Also von daher, ich habe versucht, das irgendwie zu machen, am besten Wissen und Gewissen und ich glaube, das hätte gut gefloppt. Die Lück hatte Spaß bei der ganzen Sache und wir hatten einfach tolle erste Jahre, gemeinsame Jahre und ich läuft, das hätte ein Lück gefallen und dadurch haben wir uns ja jetzt auch ein bisschen, ja, so, so, ja, gemeinsam, wir fühlen uns richtig wohl und das ganze Schmilze fühlt sich wohl. Denn allein, wenn man überlegt, dass jetzt nach der Corona-Zick, zwei Jahre lang, haben wir uns ja quasi nicht gesinnen und sie sind all der Begeblühe. also das ist für mich das Zeichen, dass sie sich all wohlfühlen. Ja, das ist ein schönes Wort. Und ich, du bist ja erst bescheiden und ich kann nur bestätigen, ich bin ja jedes Jahr dabei und ich bin jeden dabei. und ja, man muss jetzt sagen, wenn man da hingeht, St. Bruno, Monreal kennt jeder und wenn ich da ganz dazwischen bin, wo geht ihr dann her? Hat er auch jetzt mit dem Theater zu tun? Also ich will damit sagen, in Klettenberg, Monreal kennt mal ich, kennt jeder. Ja, es ist tatsächlich mittlerweile so, dass ich das ganz oft höre, dass mit Monreal können die Lücke jetzt anfangen mit dem Spielkreis und das freut mich natürlich echt und das auch von dir so zu hören, als der Junge, der wirklich so viel gemartet in Kölle und für Kölle, ist es natürlich noch schöner, das einfach zu hören. Von daher, da sind wir eher stolz drauf, dass das so ist und damit wir das geschafft haben. Aber das kann ich dir auch hören, aber das weißt du selbst, das geht nur mit einem wunderbaren Team. Also Team ist jetzt englisch und nicht kölisch. Schmölz, das hatte man jetzt schon so oft, deshalb wollte ich nicht schon wieder Schmölz sagen, aber da muss man tatsächlich sagen, das geht nur mit einem Schmölz. Ein Erfolg im Theater oder ein Theaterstück, ein Stück geschrieben, man kann so schönes Stück geschrieben, wie man will. Man braucht die Lücke, die das Ganze auf die Bühne bringen und der Lücke transportieren. Und die Lücke habe ich und da bin ich eher stolz drauf. Jetzt wollte ich ja doch uns fragen, vielleicht kannst du das ja doch irgendwie beschreiben. Mietens werde die Lücke wissen, wie kommt so ein Stück zustande? Läuft man da die Straße lang und dann hat man pumpauf, so eine Idee oder wie läuft das? Das ist eine gute Frage, ne Herrmann, wie mäht man das? Also ich glaube schon, dass mir zwei anders durch das Löffel hören, als andere Menschen, oder? Also man hätte schon, also in Kölle seht man ja Luschhönche, also man geht schon mit offenen Auren und offenen Uhren, geht man über die Straße. Also das ist ganz klar, wenn man tatsächlich, spätestens wenn man im Kölschen Brauers, wo ihr noch Kölsche Schwad weht, also wenn ihr liebe Zuhörer mal Kölsch hören wollt, dann müsst ihr ein Kölsches Brauers hören, weil da sind noch die Adelück, die wirklich Kölschschwad, schönes Kölschschwad. Früher war das der Eierstein, und zwar der Kölsche Buhr. Da waren die Handwerkslück, so die gestandene Selbstständige, die da ihr Kölsch und ihre Halle verharrn, von Mathematikale täte. Und ja, das waren die solide Lück, und da wurde natürlich ganz deftig Kölsch gesprochen. Ich hatte schon mal gebrochen, entschuldigung. Ja, das will aber, da ist ja recht, aber da kannst du ja, jetzt sei Dank geht das ja nicht nur am Elsch, denn das kannst du nicht bis an, das kannst du da, also Gott sei Dank, wirklich in der Ahle Kölsche Brauers, da kann man wirklich noch Kölsch hören, und das ist einfach herrlich, mir persönlich mit Hetz und um dich zurückzukommen, Carolin, das ist tatsächlich so, dass man natürlich, ja, wir versuchen ja, als Schauspieler, den Lück der Spähe für zu halten, das ist das, was wir machen, und wo kriegt man bessere Ideen, als tatsächlich im wirklichen Level, weil dort passieren die Dinge, und wenn man die dann verknurven kann, und dann auf der Bühne bringt, das hat mir die Mietze Freude. Hat das auch dieses Jahr mit dem Zirkus Kolonia, jetzt zu tun, dass du da auch dann ein Lück, ob du mal gelohrt hast, oder bist du da jetzt in einer anderen Richtung, fündig geworden? Ja, ich glaube, ein bisschen Fantasie ist mit mir durchgegangen, aber am Ende, glaube ich, hätte es dann doch mit Hetz und Siel zu tun, und davon bin ich überzeugt, das hätte es immer bei euch, weil das Publikum sehe dort. Hetzlich macht sie, aber das ist tatsächlich so, wenn man sich mit der Lücke ungehalte date, dann ist man doch überrascht, was selbst bei den fantasiereichsten Geschichten, wie dann doch die Lücke teilweise betroffen sind, warum auch immer, das hätte ja manchmal unterschiedliche Gründe, vielleicht ist der eine auf andere ein bisschen betroffen, vielleicht hätte der eine auf andere auch ein bisschen erlebt, also das ist schon manchmal spannend, was man bei den Menschen so auslösen kann, mit unserer Sache, was man da macht. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, 2000 München, habe ich am Anfang so ein bisschen über Kölle geschwacht, ganz am Anfang, der Saal war ganz duster, und dann hatte man die wunderschöne Kölsche Panoramabildscher, und habe dann ein paar Lätscher aus Kölle zusammengeknüft, zu einem Text, und ich habe auf dem Bühnenrand gesessen, und habe tatsächlich, und das war die erste zwei Minuten, und habe in das Publikum gelohrt, und das war es der eine auf andere, der mit Trönchen da oben gelebt, und das war für mich, da kann ich jetzt halt wieder Jens so gucken, wenn ich daran denke, aber das ist Kölle, und das ist das, was mit mir so viel Spaß macht, ja, Bühnenstücke, ob die Bretter zu bringen, und mir sahen ja immer beim Spielkreis, Spille, Singelache, der Lükscher, Freude zu machen, und das ist genau das, viele fragen mich im Moment, wie können denn in der Corona-Zeit, habt ihr nicht Angst, ich sage dir ganz ehrlich, ich schlau schlecht, jede Nacht im Moment, weil ich nicht weiß, ob das wirklich gut geht, aber wenn mir nicht, wir sind die Leute, die Hoffnung bringen, wir sind die, die den Lüksch Spaß und Freude bringen wollen, und wenn wir nicht mehr wollen, und wenn wir nicht mehr daten, wer denn dann, also von daher sind wir optimistisch, und hoffen wir, dass wir der Lüksch Spaß und Freude bringen können. Ja, schwing, ja, und wann hat er die Premiere, wenn alles gut geht? Das machen wir eh am Schluss, damit die Lüksch das auch behalten. Ja, dann kannst du das ja noch wiederholen. Ihr könnt euch dann auch alles schön abschreiben, wann es los geht, oder man kann es auch im Internet noch machen. Nun lassen wir das für den Schluss behalten, jetzt können wir mit dem Freude machen, machen wir eine ganz unabfällige Schlenker, du bist ja auch eine faste Laufensfründ, ne, das ist ja auch für Freude zu machen. Ja, 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 natürlich, tatsächlich auch 1925 gegründet, also die haben, ja, 25 habe ich jetzt gesagt, das musst du jetzt schneiden, oder lässt es einfach drin, dann können sie sich die Lücke dazu ja merken, also genauso wie der Spielkreis Monreal 1952, also das heißt, diese beiden Vereine verbinden mich mit dem Gründungsjahr. Ach. Ja, tatsächlich, ja, gegründet im Trapport, Hoos am U-Bierring, da haben die das erste Mal in Sitzung gemacht, und daraus ist tatsächlich eine wunderschöne familiäre Verein geworden. Und, ähm, wenn man das so miterlebt, äh, faste Lehr ist ja jetzt ganz Besonderes, aber ich finde, das ist jetzt für Jung und Alt, für die ganze Familie, ähm, wir singen ja nicht um Söns, denn wenn eine Trömmelche geht, ne, die Pens stand all parat, das geht ja sogar mit dem Sonn schon so, äh, der kann gerade ein bisschen, äh, bisschen spreche, und Kölsch muss direkt auch dabei sein, das macht einfach Spaß an der Freude, und, äh, das ist das, was Karneval verbindet, alle Generationen, finde ich, und das können wir bei den U-Bieren, das machen wir doch, ne, schmalt ob Kölsch, das heißt also, ich darf ja die Sitzung präsidieren, seit 2018 bin ich Präsident der, ähm, dieser wunderbaren Familiengesellschaft, ja, und, äh, von daher ist das auch wirklich eine tolle Geschichte, dass man mit, mit, ja, dem faste Lehr, mit dem Kölscher Hetz, das verbingen könne, und dann der Lügge und Münche und der faste Laufensiecke, Spaß und Freude bringen können, sind wir wieder beim Spaß und Freude, aber das ist Kölsch. Die Sitzung ist nur ob Kölsch, also, das kann ich sonst noch nirgendwo erleben, mindestens kriegt man ja kaum noch Kölsch zu hören, und die, die Lügge, die zur Besökung werden importiert, die sind ja dann auch jod, so eine Bernd Stelter oder so, ist ja doll, aber bei den lustigen U-Bieren ist es wirklich nur ob Kölsch. So ist das, die Karolina, aber ich hatte das übernommen. Auch da Preises spricht Kölsch, das hätten wir auch nicht in jeder, das ist für Gesellschaft, die sprechen Fing-Hoodütsch, ne? Ja, das ist aber, da habe ich das sehen, von der ganzen Familie, sage ich jetzt, also von der U-Bier-Familich, meine ich an der Stelle, als ich gesagt habe, also wenn ich das moderiere, dann möchte ich das ja nur Kölsch tun, und das haben die tatsächlich geführt, und das ist ja, ist schon öfters jod angekommen, und das mädt einfach ein Heldfreude, und es wirklich passt, das Ganze ob Kölsch zu machen, so wirklich wie es früher war, schon auch ein bisschen moderner, ne? Weil ich bin ja jetzt Nummer 33, und versuche da so ein bisschen, das junge Dynamische darin zu döden, das heißt, wir haben auch nicht das klassische Elverazie-Stühl, wie man das kennt, sondern wir haben Städtische und Hochstühle, das heißt, das ist für mich jod, da kann ich ab und zu uns auf die Bühne sprengen, und kann die Moderation dann vom Bühnenrand her machen, das könnte dann wieder vom Theater leben, Herrmann, weil da hätten wir die Lücke mehr in der Hand, ne? Wenn man so ein bisschen am Bühnenrand ist, dann hätten wir so ein bisschen mehr das, ja, die Lücke ohne Preise ist zum Anpacken. Ja, so wägt ja auch nicht das Publikum. Aber fast, also wenn sie die Hänge schon aus der Strecke, dann kommen wir zumindest, können wir uns da haben, ja, das ist echt lebendig, das kann man so sagen, du läufst so rum, das ist nicht so Stiefstaats und die Lücke komme ja auch nicht in der Fingerkleidage, das ist wirklich, das ist eine Kostümsitzung jedes Mal, ne? das ist wirklich noch, wo die Lücke wirklich mit selbstgemachten Kostüm, so wie früher, tatsächlich zur Sitzung komme, und das ist einfach, ja, ich finde das super, von dem Verein, dass die das einfach unterstützen und sagen, mach du Kölsch, weil das ist tatsächlich ja leider nicht so vertreten, dass die Lücke du Kölsch mache, könnte natürlich, du säßst das für, wer kann das noch? Ach, ich glaube, wenn sich der ein auf andere so ein bisschen zusammen, knovo date and date hat, johne, aber ich, ich glaube einfach, man guckt schon so ein bisschen drauf, dass man dem Publikum gerecht wird, und für mich ist es so, ich handelte dir für, wenn man ob Kölsch war, dass gerade die, die nicht selber sprechen können, die kommen zu mir noch der Sitzung, und das hatte ich jetzt ja ein paar Jahre schon gemacht, und sagen, das ist so schön, ich kann das zwar kein Wort, und kein einzig welcher Kölsch war, einfach zu hören, das hätte so gut getan, und wenn die Lücke allein deswegen zu der Sitzung komme, weil sie einfach noch ins Dreistündchen, oder bei der Sitzung ist es ein bisschen nie, aber einfach die Kölsche Sprache hören können, das ist doch genau das, was man will, oder, dass die Kölsche Sprache am Löffel erhalten blieft, und dass man, ja, uns wunderschöne Kölsche Sprache einfach hören. Das sagen die, wirklich, mir hat einmal eine Frau gesagt, du hörst dich an wie Mingi Roos, das wollte ich eigentlich ja nicht, da war ich noch nicht so alt, aber das ist der Effekt der Sahn, dass ich an die Familie denke, und an die Feste von der Familie. Ja, das ist ja auch oft so, du bist 33 Sprache Kölsch, woher heißt du das eigentlich, und warum meinst du das, oder warum ist die Hetz, schlägt die Hetz so Kölsch? Ja, warum ist das so? Vielleicht einfach, weil ich ein Familie hat, wo das einfach noch, ja, Gang und Gäbe war, mir handelt sich viel geschwart, und, ja, ich glaube, mir denke noch einfach Kölsche, das ist einfach so, dieses Miteinander, das was erzählt, und, von daher, habe ich natürlich dann, im Zusammenarbeit mit dem, mit dem Spielkreis, wo es einfach darum geht, die Kölsche Sprache zu flähe, und zu hehe, dann ist das klar, dass man dann irgendwann, irgendeine Wege muss man dann inschlagen, und ich habe mich dann wirklich dafür entschieden, dann die Kölsche Sprache zu flähe. Du hast also als Pans angefangen zu spielen, und dann bist du der Präsident von der U-Bier geworden, und dann geht es noch, wie man dich in der ganzen Welt sehen kann, oder höre für allem, du uns doch noch ein bisschen erzähl, wie du da dran gekommen bist. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich 2009, das erste Mal, die WDR-Hörfugssitzung, vom Fesco, mit dem Jöze nicht zu Köln am Ring moderieren durfte, war natürlich eine riesen Ehre, hätte es unheimlich viel Spaß gemacht, kriege ich auch wieder Jensuk, wenn ich dran denke, dieser Blick in diesem ehrwürdigen Saal, darunter, das war schon einfach, einfach beeindruckend, werde ich nie vergessen, im Mingham Leve, hätte mich auch eher stolz gemacht, dass ich das so machen kann, und ja, tatsächlich mache ich auch diese Sitzung, da habe ich die ob Kölsch moderiere, und das finde ich ganz toll, damit man das machen könnte. Und weißt du dann vorher, was passiert, oder kann das auch Sinn, dass irgendeine Sänger, oder irgendeine Karnevalist, irgendeine Quatsch erzählte, und du musst das dann noch ins Röhm riechen, dass das wieder in die Bahn geht, die du dir vorher ausgedacht hast? Also ich darf mit so tollen Profis da zusammenarbeiten, die haben das schon alles im Griff, also ich glaube, wichtig ist, wenn man da boven steht, dass man zusammenarbeitet, und nicht jähneinander, und das muss ich sagen, ich habe mich mit all den Künstlern bis jetzt wirklich gut verstanden, das hätte gut gefloppt, und ich glaube, für mich ist immer wichtig, dass wenn ihr einen Redner könnt, der Saal jetzt ein bisschen ruhig zu kriegen, weil wir sind nun mal alle Bühnenmenschen, und ich finde es immer wichtig, dass man denen auch zuhört, das nimmt ja so ein bisschen nach, sag ich mal, also man kriegt ja ganz schwierige Lücke wieder rungern, das ist ja meistens so, wenn dann jetzt ein Band kühlt, dann kühlt ein Redner, dann ist das schon schwer, und da sehe ich dann meinen Job drin, die Lücke dann eben so weit ruhig zu kriegen, dass sie einfach auch bereit sind, demjenigen, der dann kühlt, auch zuzuhören, und das ist glaube ich dann so ein Geben und Nehmen zwischen Künstler und Moderator, und das hätte bis jetzt, Joche Flop. Also wenn ich das richtig verstanden habe, du sagst, die Künstler sind zufrieden, dass du es Räuche kreierst. Na, ich glaube, dass das einfach nochmal ein Geben und ein Nehmen ist, also so wie ich es schaffe, dem Künstler eine schöne Atmosphäre im Saal zu bringen, umso schöner ist dann auch eben das Gemeinschaftliche auf der Bühne. Du hast gerade gesagt, musst du dann dazwischen, also ich bin tatsächlich Emma dazwischen, die Jange. Ich hatte das in meinem zweiten Jahr, war da glaube ich, im Messekongress bei der UBIA, da stand die Lev Ingrid Kühne auf der Bühne und dann ist es echt laut geworden. Wir hatten den Tisch, ja, ja, das war dann Südkurve im Saal. Die haben dann irgendwie, die hatten keine Lust mit zuzuhören oder so, es wäre es nicht. Da bin ich tatsächlich Emma dazwischen, die Jange, die Ingrid Ungerbrochen, bin an den Bühnenrand gegangen und habe gesagt, wie das aus Süd, ob sie denn freundlicherweise dem Programm auf der Bühne folgen möchten, um der Künstlerin einfach den Applaus und die Aufmerksamkeit zu geben, die sie auch verdient hätte. Ansonsten hätte ich einen tollen Platz an der Theke für sie reserviert. Der halbe Saal hätte, oder nicht der halbe Saal, der restliche Saal hätte geklatscht und hat gejubelt und ab dem Zeitpunkt war tatsächlich mucksmüßig still und die Ingrid, die ja auch eine fantastische Frau im Fasten-Lehr ist, die wirklich fantastische Reden hat, die konnte ihre Nummer dann komplett bis zum Schluss wunderbar durchführen und dann ist das, was ich meine, dieses Jähn-Sie-Geschicht. Da ist man sich gegenseitig auch einfach dankbar und wir brauchen uns ja auch gegenseitig, weil wir haben ja schon ein straffes Programm. Also das ist ja teilweise auch ein bisschen schwieriger, als der Gast im Saal denkt. Wir haben ja auch Zeitdruck so ein bisschen. Aber gerade das reizt ja jeden Abend aufs Neue, es macht einfach Spaß und da ist es dann aber manchmal, brauchen wir einfach uns zwei oder drei Minuten als Präsideur ist und dann ist man froh, wenn die Künstler mitmachen und an der Suche müssen wir doch auch so. Das kann ja auch uns passieren, dass die weg müssen und dann ist es doch wichtig, dass ich dann nicht noch eine Züge habe und noch eine Rakete und dann sind die auch froh, wenn man dann sagt, so, jetzt danke, dass du da warst und viel Spaß, wenn du da bleibst und nicht fort musst. Die Künstler müssen ja immer nach der nächsten Sitzung. Du kannst da bleiben. Ich weiß ja nicht, wer mehr Stress hat. Ich glaube, wir haben unternachtlich, das ist so die Sache, wenn ich jetzt wirklich von Saal zu sagen möchte, also ich habe mein Stülchen da und mein Mikrofon, mein Saal, wo ich mich auskenne und weiß, wie die Leute drum sind, dann ist es schon besser. Könntest du eigentlich sagen, was du am liebsten möchtest, Theaterspiele oder UBIA-Präsidörers oder die Hörfunksitzung? Ja, ich kann dir sagen, was ich am liebsten mache. Mit Minger, Kölschen, Art, der Lükscher, Freude bringe. Und das verbinge ich in allen drei Sachen. Was schön. Der Herrmann hat Evans, der große Anlauf, also ein paar Mal, jetzt sollte man wirklich von dem neuen Stück erzählen. Vielleicht, so eine Podklav ist ja jetzt für zu hören und nicht für zu sehen und es hat nicht mal nicht direkt die Möglichkeit, das einzuhören. Vielleicht kannst du Lükscher noch ein bisschen Appetit machen, ob der Trailer, der ihr gemacht hat, der ist ja so doll. Ja, Zirkus Colonia, so heißt ja das neue Stück vom Spielkreis, was wir jetzt im Karbst, im Oktober und November im Brunosaal spielen. und wir hatten tatsächlich als das Idee aufkam, war tatsächlich der Zirkus Roncalli und Kölle und dann habe ich Kontakt genommen und ja, ein erfolgreicher Zirkus, der auch jedem bekannt ist, aber das sind so fingerlück, die haben uns, als wir die Idee verzahlt haben, die haben gesagt, ja klar, gut vorbei, gut in die Manege und dann könnt ihr unsere, könnt ihr eure Trailer drehen. Also das war wirklich fantastisch, kann man auch an der Stelle wieder herzlichen Dank sagen, dass das möglich war. war für uns eine absolute Ehre, habe ich ganz doll gefangen. Ja, und dann haben wir tatsächlich, das war ja auch so ein bisschen im Stück für geküttet, haben wir dann so ein bisschen neu gespielt und sind dann mit der ganzen Head von Minsche, von Spielkreis-Familie, sind wir dann in der Zirkus Roncalli ingetrocknet, als die Ken-Führ-Stellung hatte und dann haben wir den Trailer gedreht. Genau, und Zirkus Colonia, wer vielleicht davon jetzt noch nichts geholt hat, vielleicht könnte dem einen oder anderen doch bekannt für das war ja das Motto vom Festkomitee, also sprich, in der First-Loop-Session, jetzt weiß ich tatsächlich gerade nicht, in welchem Jahr das war, müssen wir noch ins Jugele, ne, aber nicht nur das, unsere, oder was heißt, euer, unser aller kölscher Krätzchen-Sänger, der Grand-Signor, der kölscher Faser, der Ludwig Sebus, hätte das Ganze, hätte das ja auch eure Lätsche geschrieben, und ja, er spielt ja auch eine sehr große Rolle, beziehungsweise seine Lieder spielen ja auch eine sehr, sehr große Rolle im Stück, daher ja auch der Titel Zirkus Colonia. Ich läuft das Lied selber älter wie du, und das hätte er jetzt nicht für euch geschrieben, das wird halt länger, ne? War es 1980? Ich meine, es wurde 1980 gewesen. Ich meine 1980, und dann, ja, ist das Lied älter als ich. Ich bin ja nun 80 geboren. Kannst du uns auch halt jetzt verraten, ohne dass du zu viel verraten, wie das abläuft, also die Handlung von dem Stück? Es ist tatsächlich so, dass der Zirkusdirektor vom Zirkus Colonia noch lange Reis endlich wieder uns nach Köln zurückgeht, weil es sind Nüssele zu engern. Corona hat auch, ist auch noch an ihm nicht vorbei gegangen, also wir sind in der aktuellen Zirk und, ja, auf jeden Fall geht er dann nach Köln zurück, weil er da, ja, dahin zurückkehren will, wo alles angefangen hat. Davon verzählt der Englische das ganze Stück, er hat alles angefangen und keiner weiß so wirklich, was er angefangen hat. Ihr werdet es dann sehen, wenn ihr vorbeikommt in dem Brunosaal. Ja, und, dann ist es so, wie das so ist in Köln, man kennt sich, man hilft sich, dass die Lücke aus dem Veedel versuche ihm zu helfen, dass der Zirkus irgendwie doch noch überleben kann. Und, ja, dann gibt es im Veedel tatsächlich auch drei Lücke aus dem selben Verein, Fasselovins Verein, die überlehe, dass er das johne so drei stehen machen will. Ja, ihr seid, ihr don, versuchen dann der Bürgermeister davon zu überzeugen und eine Idee aus den, aus den 50er Jahren führt dann dazu, dass sie den Zirkus eventuell retten können. Und, ja, vielleicht hat man so eine Idee, wer sich so ein bisschen am Aachener Weiher auskennt, vielleicht weiß der ein auf andere, was dann damit gemeint ist. Und, ja, also ich lasse tatsächlich in einem Stück Historie, verbinde ich mit der Jetzt-Zeit wirklich das Thema Kölsche Kultur oder einfach Dinge, die man, die Jodwohre in der Vergangenheit, dass man sie vielleicht wieder uplevel hat. Und die Lätscher, so die Flöhtmans und so, was der Ludwig all gesungen hat, das lässt du dann singen oder wer singt das? Es ist tatsächlich so, dass es eine Rolle gibt, das ist ein Straßenmusikant, der jeder Zirk sie üblicher umhält und hört, was die Lüge so ob der Straßen verzelle. Und der begleitet quasi das ganze Stück. Das ist tatsächlich meine Wenigkeit, dass ich, die Lüge werde mich immer mal wieder sinnen. Aber wie das hier so ist, ein Straßenmusikant, kann immer nur einen guten Zirk lang an der einen oder selber stellen, also hört er auch schnell wieder ab. Aber ich singe damit, der Lüge zusammen, die Lätscher, weil es soll natürlich auch sind, es stückische zum Mitschunkeln, zum Mitsingeln und einfach auch unserem Ludwig wirklich, es war für uns ein Ritterschlacht, dass wir das machen dürfen. Das möchte ich an der Stelle auch einfach nochmal sagen. Ludwig Sebus ist für mich ein ganz besonderer Mensch, wo ich wirklich darauf aufschauen kann. Der hat so viel für Kölle gemahnt, hat uns so viele tolle Lieder geschenkt und viele von uns kennen glaube ich nur die Refonds. und wir wollen einfach in dem Stück auch ein bisschen seine zeitlosen Lieder präsentieren, also sprich, der Vers wird bei dem einen oder anderen Lied auch eine Rolle spielen und das wird sich wunderbar in dieses Stück einfädeln. Ja und wie gesagt, wir wollen natürlich aber auch ihm zu ihr das Ganze mache und das die Lücke aber einfach noch uns mitsingen können mit Schunkeln oder ganz schlimmen Sick jetzt. Wir haben ihn hochgeküpt und wollen einfach positiv nach vorne luchen und ja, was jeder der Besseres als wenn man einfach gemeinsam singen date. Das verbinkt ja einfach. Das heißt, der Ludwig wird auch da sehen bei der Premiere. Also bei der Premiere hätte sich angekündigt, ich habe ihn auch uns gefragt, aber hier und da vielleicht noch ich gucke uns, wie mir das Stück gefällt. Also du kennst ja Ludwig, der ist wieder sehr locker unterwegs und also wenn er wenn er kann, glaube ich, ist er da und das macht auch wirklich, wirklich Spaß an der Freund mit ihm zu arbeiten. Der ist wirklich eine Finger, steht komplett dahin und von daher freuen wir uns auch sehr und ich glaube, wenn er da ist, dann sind wir auch bestimmt eine mit. Und wird 97 Jahre alt im September. 97 Jahre alt, das ist ne, im September geht zu. Ja, das habe ich falsch verstanden. Der Mann hätte ja auch unser Stück darüber geschrieben, da hätte der Ludwig auch mitgemacht. Kannst du das noch uns erzählen mit der Bane? Ich finde das so schön. Ja, also da haben wir ein Stückchen Streck, die Leder vom Ludwig Sebus, wie du das jetzt auch messst, und dann hatten wir ein Lied für gesehen, die Flöthmanns aus dem siebten Stock, die dreht jetzt auch ne Minirock. Und da haben wir gesagt, ja, das müssen wir auch irgendwie mit dem Spillen parat kriegen. Und dann haben wir das Stück so gefrösselt, die Flöthmanns dass im nächsten Akt der Führung geht ab und da steht oben im Stuhl einer in einem Kleidchen, in einem Minirock und wird dann ausgestanden, das hast du davon, warum hast du das Modell fortgeschmissen, jetzt musst du über das Modell stand und dann gut das Lied was ein paar Beine, was ein paar Beine, was ein paar Beine. Das war jetzt nicht die aus dem siebten Stock. das war die. Was ein paar Beine, was ein paar Beine, was ein paar Beine. Das war dann. Du kannst dir denken, Stefan, wenn sie ein Beine das war auch, ne? Ja, aber ich nehme an vom Hermann. Vom Hermann, ja klar. Und das vor kennt sich auch amüseet. Ja, das ist ja, so soll es ja sein, dafür sind wir auch auf der Bühne. Vielleicht ist es noch für ein bisschen Werbung zu machen, wann es losgeht und wie die Menschen an die Tickets kommen. Wir haben nämlich noch elf Fräure, die man dir stellen. Das ist Tradition. Immer wenn Besuch da ist, kriegt er am Eng so Fräure, wo man nur ganz kurz antworten muss. Aber jetzt eh schon ist die C gewandet, los geht. Ja, wir haben Premiere am 21. Oktober, das ist eine Friedach und dann spielen wir Friedach, Samstag, Sonntag, fünf Wochen eng hintereinander und Karte, jede Tatsächliche, wir machen das noch selbst, der Karteverkauf unter der 02203 32384 die Internetseite entweder über Google Spielkreis Fritz Monreal ansonsten Spielkreis minus Fritz minus monreal.de genau und darüber also wie gesagt unter der Telefonnummer oder jede Tankkarte und ja, ich stelle mich freu, wann ihr all vorbei gut. Das machen wir ganz bestimmt und wann ihr auch da seid, können wir uns da ja vielleicht auch in echt beähnen. So, jetzt machen wir doch hier die Fräure. Also das sind so Pflücke Fräure und du musst nur mit einem Satz oder einem Wörtchen zu antworten. Echte Fräure, was ist für dich typisch Kölsch? Vielleicht ein Beispiel. Was ist typisch Kölsch? Das ist Jode Fräure auch tatsächlich direkt am Anfang. Ja, tatsächlich, ja, der Sprach ist, ist auf jeden Fall eine Sache. Ich stelle aber tatsächlich noch, sage, ähm, das, nee, genau, ich wollte tatsächlich sagen, das hält es bloß, das hält es bloß, das ist Kölsch, das ist typisch Kölsch, ja. Ähm, was heißt du jen an Kölsch? Die Münsche und uns wunderschöne Stadt. Dritte Fräure, welche Kölsche tut auf Labendisch der zu jenens Treff? Ähm, habe ich jetzt durch das Stück tatsächlich treffen dürfen und öfters auch Ludwig Sebus. Wo dich engagieren? Wie wird jetzt aus Donnwit, wann du Bürgermeister in Köln wirst? Ich bleibe beim Ludwig, denn dem Ludwig ist in der Brunne versprochen wurde in Döx und bis jetzt ist das nicht durchgegangen. Das hängt noch in der Stadt und wenn ich Bürgermeister wäre und ich das könnte, dann werde ich dem das machen, weil ich finde, der hätte verdient. Was ist eine von Dingen liebste Plätze hier in Kölle? Ich bleibe wieder beim Ludwig, das mag jetzt komisch, aber es ist natürlich Lorenz von Döxner Kölle. Also wenn man wunderbar auf der Rheinterrasse beziehungsweise im Rheimpanorama den Blick Deutzer Brücke beziehungsweise die wunderschöne Promenade und den Blick auf den Dom. Und jetzt eine schwere Frage, Stefan. Was ist eines von den liebsten Läden auf Köln? Das ist tatsächlich nicht vom Ludwig, das tut mir jetzt leid, Ludwig an der Stelle, aber das ist in unserem Vedel, was für mich Köln ausmädt. Von der Föss. Wann du nicht in Köln lebe dürfst, finde ich nicht. Wo tätst du dann her, Treika? Sag doch einfach nur Nippes. Ja, das ist die Idee, ja. Ach ja, ich weiß tatsächlich nicht. Also Hamburg finde ich eine ganz tolle Stadt, muss ich sagen. Nur die haben natürlich einen ganz anderen Humor Wirst du noch was du Rosemontag in der Karnevalssession 2020 gemacht hast? Das ist ein schwerer Fruch. Das kann ich tatsächlich genau erzählen. Also Rosemontag hast du jetzt gesagt. Nicht wie war fast so laugen war. hast mein Sohn geboren. Tatsächlich am 20. Ich kann nicht sogar Datum nennen. Warte 20. 24. Februar war das 2020 Rosemontag da sind wir tatsächlich aus dem Spital gekommen mit dem Klein und haben tatsächlich auch mit dem Klein zusammen der Ehste Rosemontag nicht was was schön was wird ganz anders sein in kölle 2050 Die Frage hat tatsächlich mir schon mal eine gestellt Ich hoffe nicht allzu viel Also ich hoffe dass der faste leer noch geht Ich hoffe dass uns kölsche sprach noch geht Ich läuf so das kann ich im Moment im Gefühl dass die Gesellschaft immer egoistischer weht und ich habe so ein bisschen Sorge davor wenn ich an meinen Jungen denke in einer ganz egoistischen Gesellschaft leben wirkt also das hoffe ich nicht aber ich habe die Befürchtung dass es schwieriger wird Eine andere Frage Ist Kölle eine schöne Stadt Zwei Siege würde ich sagen Also wir haben das auch im Stück Dass einer sagt Boah die ist so drecklich He Aber die Siel und Hetz von der Stadt des Rhein Das hätte ich so beantwortet Also zwei Siege Sehr schön Das ist ja ganz raffiniert Letzte Frage Nummer elf Du kriegst Besök von einem der noch nie in Kölle war Ein Mensch im mittlerer Alter Besök für eine Dach Was möchtest du dem Zäge von Kölle Ja Ja Auf jeden Fall der Dom Das muss hin Und auch uns Brücke Ich finde das ist schon das was uns stadt aus mäht Das sind so zwei Dinge die die Möten sind Aber wir haben ja die ganze Dach Von da im Dunkle vielleicht und der Hane Ports vorbei und so Also ich finde wir haben da viele tolle Sachen Köln hätte was zu bieten muss man schon sagen Köln hätte viel zu bieten Das ist richtig gut Schlusswort Lef Lükscher Ich hoffe es hat euch gut gefallen und ihr seht beim nächsten Mal wieder dabei wenn wir wieder den Pod Club machen Wir wünschen euch viel Spaß beim Stefan singen Theater und bis beim nächsten Mal Tschö Wartet gut Ciao